Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Vlog, bitteschön. Erstmal natürlich, es ist nämlich so, ja, die Talk-Reihe wird nicht mehr weiter gemacht, weil sie kam einfach nicht gut an. Ja, also, ich habe ja hier immer diese Talk-Reihe gemacht und deshalb werde ich jetzt das, was ich eh immer gemacht habe in den Talk-Streams, jetzt als Vlog machen. Und deshalb, was habe ich am Wochenende gemacht? Natürlich erstmal, schon mal den Freitag. Ja, nee, ich habe ja Freitagabend gestreamt. Dann gehen wir direkt zum Samstag drüber. Aber, genau so mache ich es. Freitag, äh, Samstag... Okay, also am Samstag war ich nochmal auf der Messe. Ne? Da bin ich dann auch Geiserbahn gefahren. Und auch Brackdance. Nee, also Brackdance wollte ich fahren, bin ich nicht. Bin ich nicht. Nur mal so. Ich bin nicht Brackdance gefahren, aber ich wollte. Habe mir auch einen Chip gekauft. Und, ja, dann sind so bestimmte Sachen passiert. Dies halt, ja, verhindert haben, dass es, ja, ging. Ja, jetzt habe ich aber den Chip halt für meine Sammlung. So, und heute, ja, also wie gesagt, gestern habe ich ja nicht mal großartig viel gemacht, außer, wie gesagt, auf der Messe. Heute war ich draußen ganz weit weg laufen. Ja, mit weit weg meine ich, äh, ich war heute in Krötzingen laufen. Das ist, naja, ist halt ein Stadtteil von Karlsruhe und dort war ich ein bisschen laufen. Ja. So. Und das war dann das, was ich am Wochenende gemacht habe. Auch wenn ich es, wie gesagt, echt schade finde, dass ich nicht Brackdance fahren konnte. Äh, habe ich mir halt auch schon seit Jahren vorgenommen, aber, okay. Wird, wird, wird ein bisschen dauern. Schlecht gecuttet, ich weiß, ich habe einfach auf OBS eine Pause gemacht. Ich wollte noch kurz was über, äh, überlegen, und zwar, äh, ob ich hier auch, ähm, ja, das ganz viel in Talks hier mache. Ob ich auch, äh, tatsächlich sagen soll, was ich die Woche mache. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie Vlog-mäßig ist. Ich persönlich, wir sind ein bisschen, ich kenne mich nicht so ganz mit Vlogs aus, ne. Ich weiß nur, das ist ein Videotagebuch, was man gemacht hat, aber nicht, was man machen tut. Das weiß ich nicht, vielleicht werde ich mich damit auskünftigen, dann vielleicht ab nächster Woche. Damit auf jeden Fall, das war's mit diesem Video. Vlog, ne, Vlog. Und dann würde ich sagen, bis, äh, bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, was ich mache. Gibt da viele Möglichkeiten. Und dann sage ich auch trotzdem noch euch einen guten Start in die neue Woche und Servus.